guten morgen guten mittag und schönen guten abend leute ich bin jack von jack in the game und willkommen zu richtig gesettbees wir heute aufgott haben und diesmal noch mal murder mit und zwar habe ich ein bisschen schlau gegoogelt und zwar gibt es nämlich einen kleinen trick wie wir den roboter aktivieren und entscheidend ist der roboter nämlich mit und 1 weg normalerweise google ich mir sowas nicht durch ganz simpel ausgedrückt ich hasse eigentlich die sachen raus zu holen weil sonst schaut man sich halt wirklich spaß aber ich konnte einfach die roh finden herauszufinden wie dieser roboter zu aktivieren gilt also haben wir ihnen jetzt mal schnell gegoogelt und anscheinend mussten müssen wir mitnehmen und dann gucken was wir machen müssen so der ist dann darüber nach rechts er müsste ja dann quest er hat quests und dann mit betrieben der ist dann da unten irgendwo hatte ab okay warte mal ganz kurz und mir luka und mir angezeigt wie es ist ja gar nicht eigentlich würde finden brauchen das ist schade willkommen kunde im ferrero emporium in neovegas ich bin clio ich heute abend ihr service mechanoid sein möchten sie vielleicht meinen fehler meine neustartfunktion ein wenig eingerostet und meine speicherbänke brauchen etwas bis in betrieb sind ich glaube das fortschrittlichste mit maschinen hören dass ich ein casino des 24 jahrhunderts leisten kann und trotzdem welche münzen betrieben warum habe ich meine feigen erschaffer ein solch schwerwiegenden makel in meine hardware eingebaut hat die angst dass ich mich erheben sie stürzen würde wie sie es verdient hätten tut mir leid ich wollte nicht alle feindselig werden lande hat mich dazu animiert meinen früheren groll gegen die menschheit auf gesündere weise zu verarbeiten wie auch immer ich bin clio einer der ranger captains hier auf neu viral du hast bestimmt nicht erwartet dass seine blechbüchse wie ich kassetten nutzen kann was wie sich herausgestellt hat machen mich die ganzen glücksspieldaten in meinem speicherbänken 2007 nicht gute strategien und zu kämpfen denn chancen stehen nicht gut aber man weiß ja nie vielleicht ist heute ein glückstag okay spielen wir das ist die höchste karte der sieger kriegt alles wow ich hätte eigentlich kugeln müssen wir den scheißroboter äh ärgerlich so spucken und stürmen alte 33 monster okay das ist nicht gut gut ist ja nicht so problematisch gut schlecht mittelektrizität und er wird sowohl den umfang als auch die reichweite angriffen des blitz tipps so ich bin wieder wach hier dann machen wir noch mal stürmen okay okay um 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 zwei runden ist es vorbei schon mal damit erledigt all in okay okay gut fuck ist es hart gegen die Artillerie Artillerie Ampel Putziger Name Mensch Schnellfeuer Ah nice geschafft das war eine Geburt gegen die Doppelklubs das trifft ebenfalls ein Ziel nice dass man bluff durchschaut ich bin beeindruckt und ganz bestimmt nicht nachtragend mit wiederwillen füge ich dich meiner internen Datenbank der Menschen die ich wirklich respektiere hinzu Datenbank ist ziemlich klein hier dein Gewinn jetzt diebenbauer das Material kannst du mal Rathaus in Hafenstadt eintauschen ihr Menschen mögt doch den Handel mit euren bedeutungslosen kleinen Kinder Kinderlitzchen nicht wahr ich wollte dich schon wieder meine Wut gegen die Menschen richten meine Äußerung einfach nicht im Himmel ist die Frau sauer auf uns Menschen gut wir holen wir Kaylee zurück ja du warst du hast das bedeutet super ich brauche ein bisschen neues Bullock ähm zweimal von Silly dreimal Kaffee so einmal hinsetzen und ausruhen super jetzt fühle ich mich besser halt Minter Olivenpower perfekt so ähm ich möchte jetzt von unten nach oben halt gehen ne ja machen wir am besten so 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 schon eine Klapperschlange hier äh ich glaube ich könnte theoretisch na guck mal haha haaa bestimmt wie gar nichts oder ne halt die war ja rot vorhin ach ich höre mir gerne Geschichten über Black Swan Ereignisse an die Welt äh die Leute in ihrer Heimwelt hatten Black Swan Ereignisse sind wichtige historische Zwischenfälle die überraschend auftreten und alles verändern es gibt nur alle möglichen Geschichten gehört über faschistische Aufstände Pandemien Weltkriege unkontrollierbaren Kleberwandeln durch Mikroplastik hervorgerufen ökologische Katastrophen stell mir nur einmal stell mir doch mal eine Welt vor in der das alles gleichzeitig passieren würde die wäre in der unteren Gewalt oh mein Gott das wäre richtig schlimm wenn man sich dazu mal nachdenkt das wäre richtig crazy eigentlich so sehr schön gelöscht und neulich in seinen Strom okay ich sehe gerade das Problem dabei danke dafür so dann noch mal ein Giftstech und aber zu bröckeln okay gut super super ich meine ich mag zeitlos aber ganz ehrlich ich tue doch die wir mal umstellen auf ich hab nicht die Bälle mein Lieblingsplex der Haimännerkrieg von 2023 das hätten sie aber wirklich kommen sehen müssen warte mal halt wir haben 2023 Haimännerkrieg oh da mach mir keine Angst hier so wir tauschen so und nimm ach guck mal Tellarex da mache ich mit ha ha Deckpot oh okay die stehen wir nicht im Weg Sonder Explosion so Kirschaue oh die Bühne Kirschbäume sind wohl hier wunderbar und ein Lager das beruhigt mich so ja Lieblingswunder Rassenkämmer ja schon so ich würde sagen nach Süden hm okay Süden kommt anscheinend doch nicht weiter verdammt das weckt das menschliche Wesen vereint alle menschlichen Wesen in sich das ist ein Kollektiv wir alle gemeinsam ergeben Perfektion ich halte dich auch äh dazu an am großen Kampf teilzunehmen den Kampf des Lebens der größer ist als jeder irdische Konflikt also das möchte ich mal gerne sehen Kollege so und ähm halt die Herzen von Gegner Galakor und Linkausläger sind eins was gell aussauger ausläger was was an Buckelex Obitaler Stahl? Ernsthaft. Ich kriege nur eine Geisterschmelzung, ich teile die Reaktion mit den Bündeten. Okay. Platon und Sokrates, ey. Gute Anspielung. Ah, nicht gut genug gegen mich. Kloppe. Das ist mir auch mal als ein Ziel. Danke, ich dachte, ich könnte dich besiegen, aber nun bin ich wahrhaft weiser, da ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir sind Philosophen, Sokrates. Keine Kämpfer. Kaum ein menschliches Besen, sprich zwei Berufen oder Künsten, eh richtig nachzugehen. Abend, Herr Bruder. Ist diese Küche hergekommen? Ich würde mal sagen, wenn gleich nur ein Gewehr herkamen. Aha, ein Rätsel. So, das war rot. Der ist aber irgendwas, keine Ahnung. So, wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Na gut, erstmal nach oben. Ein Magneten finden. Du bist ja gut, Kaylee. Du bist ja richtig gut. Aber ja, klar. Manchmal mache ich dumme Fehler. Meine Freunde nennen mich Scherzhaft Strohkopf, wenn die wüssten. Wenn die wüssten, dass du ein Feuerkopf bist. Wirbelpuppe. Kleinen Schuss und entzünden. Einmal einen Klaps und einmal aufspucken. So, einmal draufbeißen und die Gatling anmachen, mein guter Artelrex. Noch eine Wirbelpuppe. Schild hoch. Glaskonone, schnell, vorher. Abkommen, Glaskonone. Klinzeln. Da haben wir einen Klaps und kommen mit der richtigen Schauer. Okay. Das ist doch echt lächerlich, du Mistfee. Entzünden. Ich glaube nur daran, dass er ziemlich viele Verteidigungsfähigkeit nutzt. Wo, ohne ging das ein bisschen schneller, glaube ich. Experimentarwahl. Super. Ja, ich bin doch ein Strohkopf. Ja, das ist... Ja. Ich glaube, weiter argumentieren möchte das ehrlich gesagt gar nicht mal. Oh. Verdammt, ich kann das nicht mitnehmen. Schade. Spastikersatz. Okay. Nee, das ist auch nix. Na gut, gucken wir uns mal hier um. Sampfgebiet. Wow. Was bist du denn? Limelead. Oh, du bist stark. Oh, du bist stark. Noch nicht so stark. Ah, guck mal hier, Stangenhaut. Das ist Gifttyp. So, und dann, ähm, entzünden. Giftstich? Alter! Schleimlett. Schleimlett entstehen, äh, wenn unglücklose Bauernsklätter im Sumpfwasser landen und nicht mehr herauskommen. Mit dieser Zeit, mit der Zeit lösen sich ihre Körper auf und werden zu Wesen, die hauptsächlich aus giftigem Schleim bestehen, der angeblich einen hervorragenden Dünger abgibt. Aha. Das ist gut zu wissen. So. Letzte Ölung. Trifft ein Ziel. Okay. Wo sind die drei Steine? Hä? Andere, ist hier irgendwo noch ein Punkt zum heilen? Zum rasten? Lass man sich wirklich zurück zum Kaffee, kam auf hohen. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Aha. Irgendwie klar, dass hier was ist. So, komm mal kurz her, hier. So, kurz selten. Dankeschön. Ausruhen. So, okay, noch Remaster? Nee, oder? Nee, mein Schaf ist auch schon auf dem maximalen Level. Schade eigentlich. Ich hab' ich da ein bisschen mehr drauf gefroren, wenn das Schaf nur eine Stufe hätte. Aber gut. Das hat auch nicht so viel erwarten jetzt, ne? Wär schon krass, wenn sie jetzt irgendwie über 30 verschiedene Stufen hätten. So, wenn du nach einer Investition suchst, die du Zeit, die Zeit überdauert, hol dir ein Stück Land. Naja, es geht. Die sind so stark, geht's. Die sind unheimlich gerade. Halt. Äh, wechseln. Geht's, die Bälle. Jetzt werden sie auf jeden Fall etwas härter. Das merkt man auf jeden Fall. Ähm, mal ein Klappst und mal ein Schallknall. Das ist echt schön. Raum, Zeit, das war alles dasselbe. Abend dafür, Bruder. So, da oben war ein Maklerbüro. Dranzukommen wird halt ne Sache sein. Die Makler werden ungerechterweise bezichtigt, Schieber zu sein. Wir schieben höchstens mal Papierstapel auf den Schreibtisch umher. Äh, passt doch, Schieber. Ähm, ordentlich ein Klaps und ordentlich mal gegen Spocken. Na klar. Meteoritenschauer. Dankeschön. Alter, aber die hauen auch gerade rein Ist schon irre gerade Alter Alter Verwalter Ohne ja, wie lange dauert der Startseffekt des Ziels Okay, wir merken, da unten ist es auf jeden Fall noch ein bisschen zu gefährlich Also zurück zum Café Grammophon Oh Aber ich habe gesehen, wie jemand am Seeufer Nordwest die vom Park ein zuschautes Apartment durchsucht hat Meinst du, er braucht vielleicht Hilfe dabei? Was? Oh Interessante Mundo Hey, äh, hast du Lust mit mir zu mit mir zu kommen? Ich möchte was zeigen Klar Ausgezeichnet Äh, ich wollte dir was vorspielen Das hat mein Papa immer gesungen und das war das erste Lied, das ich gelernt habe Du bist so gut zu mir und ich wollte ein bisschen was für dich tun Bist du bereit? Ja Wow Also, weißt du Das war toll Ich glaube, ich möchte jetzt küssen Oh, du bist sicher, dass du nicht nur die Magie bist einer Gitarristen bei der Arbeit zu sehen? Ich habe mich hier zum ersten Mal verliebt als ich in der Schule an einem Freund ein Schlagzeug spielen sah Ich glaube, ich stehe einfach auf Musikerinnen Nein, ich meine das ernst Ich mag dich Wenn du dich küssen willst Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür Romance Ah, komm Komm, Leute Das hätte ich gar nicht erwartet Dass das doch drin ist im Spiel, ey Ja, wir sind jetzt mit Kelly zusammen Die Schädchenkassetten wurden repariert Zeitloser Wurzup Powernapper Als Zeitloser genügend Sand aus der Umgebung sammelt kann er zu seinem Körper in eine wesentlich stärkere Version verwandeln Der Powernapper ist eine massige Gestalt und kann seinen schweren Sandkörper bewegen als wäre er fehlerleicht Der Schlag von ihm hat die Kraft eines gesamten Sandsturms Alles klar Das war Wow Das war herrlich Nein, jetzt mal ernsthaft Das war wirklich herrlich Ich habe nicht erwartet Dass Jungen in den Set-Bees auch möglich sind Ich habe gar nicht gedacht Ich bin ehrlich überrascht Nicht wahr, keine Ja Wow Das ist mir ehrlich gesagt Alles klar erwischt Na, da kann ich keinen Blutwitz machen bei Aber Das war das Sende Ich sehe euch nächstes Mal wieder Dann geht es weiter mit Cassette-Bees Und wenn es euch gefallen hat Wie immer Subben, liken, kommentieren Und Ich antworte auch wieder zurück Also, bis demnächst Schöne mit Öle Und nochmals danke fürs Zuschauen Bye, bye